Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Für viele Eltern und deren von ADHS bzw. ADS betroffene Kinder stellt die Schule 10 Jahre und länger einen belastenden Bereich, wenn nicht sogar den belastendsten Bereich im Leben dar. Denn unsere Kinder mit ADHS bzw. ADS sind aus vielerlei Gründen für das Schulgeschehen und seine Abläufe aufgrund der ADHS-Symptomatik nur ganz schlecht geeignet. Die Kinder müssen sich dort stundenlang meist mit theoretischen Dingen beschäftigen, für die sie kein Interesse haben. Sie müssen über lange Zeiträume hinweg dabei trotzdem konzentriert bleiben und still sitzen. Sie sollen sich und ihre Materialien organisieren, ihr Handeln planen, auf die Minute genau auf die Zeit achten und vieles mehr. Dass es durch diese schlechte Passung zwischen ADHS-Symptomatik und den schulischen Bedingungen also häufig zu Problemen kommt und Eltern von Wutanfällen über psychosomatische Folgen bis hin zur Schulverweigerung alles erleben, überrascht nicht wirklich. In diesem Podcast möchte ich euch daher meine fünf wichtigsten Tipps mitgeben, wie ihr eure Kinder einigermaßen unbeschadet durch die Schulzeit bringen könnt und diese fordernden Jahre auch als Eltern gut überstehen könnt. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch im Übrigen unter www.adhshilfe.net slash fünf Schultipps herunterladen, die fünf als Ziffer geschrieben. Gut, dann kann es auch schon losgehen mit Tipp Nummer 1 und der betrifft die Hausaufgabensituation und das Lernen. Zunächst mal ist es wichtig, dass ihr bei entsprechendem Alter eures Kindes auf alle Fälle gemeinsam mit ihm herausfindet, wann die optimale Hausaufgabenzeit für euren Nachwuchs ist. Ein paar wenige Kinder wollen die lästige Situation so schnell wie möglich hinter sich bringen und gleich nach dem Nachhausekommen alles erledigen. Die meisten jedoch würden die Hausaufgaben am liebsten bis ins Jahr 2057 verschieben. Damit ein ständiges Verschieben aber erst gar nicht zum Thema werden kann, besprecht mit eurem Kind in einer ruhigen Minute, zum Beispiel am Sonntagvormittag nach einem gemütlichen Frühstück, welcher Zeitpunkt ihm am liebsten wäre und führt das dann als feste Struktur ein. Bei den Hausaufgaben selbst ist es dann wichtig, dass euer Kind in einer relativ reizarmen Umgebung arbeiten kann. Das bedeutet, dass es so wenig optische und akustische Reize wie möglich geben sollte. Wenn euer Kind ständig den Blick auf die Baustelle vorm Fenster hat oder dem kleinen Bruder beim Lego-Spielen zusehen kann, lenkt das zu sehr ab. Dasselbe gilt für Geräusche wie tickende Uhren oder Gespräche im selben Zimmer oder auch im Nebenzimmer, wenn sie noch deutlich hörbar sind. Eines der wichtigsten Dinge beim Thema Hausaufgaben ist jenes, dass Kinder mit ADHS bis in die Teenagerjahre hinein Betreuung und Begleitung dabei brauchen und sie in den meisten Fällen auch wollen. Viele Kinder schaffen es einfach nicht, sich in ihr Zimmer zu setzen und die Hausaufgaben zu erledigen. Selbst wenn sie fünf Stunden dazu Zeit hätten, käme in den meisten Fällen keine befriedigende Leistung dabei heraus. Versucht also euer Kind bei den Hausaufgaben, soweit das von eurem Tagesablauf und eurem Beruf her möglich ist, zu begleiten. An dieser Stelle gleich ein Hinweis. Wenn ihr ein Kind habt, das die Hausaufgaben eigentlich in der Hausaufgabenbetreuung oder im Hort erledigen sollte, das dort aber nicht funktioniert, und ihr die Möglichkeit habt, die Hausaufgaben selbst mit ihm zu machen, dann tut das unbedingt. Euer Kind braucht diese Unterstützung und fühlt sich dann in der Fremdbetreuung, wo das nicht klappt, bestimmt überfordert und alleine gelassen. Ich weiß, Hausaufgaben machen kann zu einer ziemlichen Herausforderung für uns als Eltern werden. Aber schenkt eurem Kind diese Zeit und diese Unterstützung, es wird so unendlich dankbar sein, auch wenn es das nicht zeigt, sondern nur motzt und teilweise auch wütend und laut wird. Aber wenn man das Kind trotzdem liebevoll und unterstützend begleitet, ohne sich von seinem Widerstand, seinem Langsamsein und seinen Wutanfällen triggern zu lassen, so kann auch das gemeinsame Hausaufgaben erledigen, zu einer Art Qualitätszeit miteinander werden. Unser Sohn und ich haben uns vor allem beim Lernen dann immer aufs Sofa gekuschelt, später dann aufs Sofa geschmissen und haben die Zeit miteinander trotz unangenehmer Tätigkeit genossen, auch wenn wir beide klarerweise lieber etwas anderes gemacht hätten. Gut, zurück zur Hausaufgabensituation. Wenn ich sage, dass ihr euer Kind begleiten solltet, muss das allerdings nicht unbedingt bedeuten, dass ihr die ganze Zeit bei eurem Kind am Tisch sitzt. Es reicht oft schon, wenn die Kids, sobald sie mal in die Gänge gekommen sind, wissen, dass ihr in der Nähe seid und sie euch etwas fragen können, wenn sie nicht weiterkommen. Ihr könnt ja daneben das Gemüse putzen oder die Wäsche aufhängen oder Staub wischen. Einfach Tätigkeiten verrichten, bei denen ihr euch nicht konzentrieren müsst. Das heißt, wenn es irgendwie geht, schreibt nebenbei nicht einen Bericht oder bearbeitet ein Projekt für die Firma, denn dafür braucht ihr Ruhe und dann werdet ihr nur gereizt, wenn euer Kind ständig mit Fragen und Motzen unterbricht. Was bei vielen Kindern in puncto Hausaufgaben ein großes Problem darstellt, ist das in die Gänge kommen. Die meisten können sich einfach nicht überwinden zu beginnen. Vor allem auch schon deshalb, weil sie unvollständige Unterlagen und fehlende Schreibgeräte haben und oft auch gar nicht wissen, wo die Hausaufgabe notiert wurde. Häufig können sie sich auch nicht dafür entscheiden, womit sie anfangen sollen, denn alles wirkt mehr oder weniger gleichermaßen abschreckend für sie. Eine große Hilfe ist es für Kinder daher, wenn ihr ihnen helft, den Anfang zu machen. Das kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Zuerst mal guckt ihr gemeinsam nach, welche Hausaufgabe auf ist. Wenn es da Unklarheiten gibt, ruft einen Schulkameraden an. Dann überlegt ihr gemeinsam, welcher Teil der Hausaufgabe als erstes, welcher als zweites, welcher als drittes und so weiter erledigt wird und auch, wie lange die einzelnen Aufträge in etwa dauern könnten. Im nächsten Schritt werden die entsprechenden Materialien zusammengetragen. Im vierten Schritt könnt ihr euch dann mit eurem Kind die Aufgabenstellungen ansehen und gucken, ob es auch wirklich alles gut verstanden hat. Und schließlich könnt ihr eurem Kind auch in Mathematik mit den ersten ein, zwei Beispielen helfen oder beim Deutschaufsatz zum Beispiel gemeinsam den Verlauf der zu schreibenden Bildgeschichte überlegen. Ja, ich weiß, das klingt lange und viel, aber die Vorbereitungen, also Punkt 1 bis 4, dauern mit eurer Unterstützung gerade mal 10 bis 15 Minuten und sparen anschließend erfahrungsgemäß Stunden, denn dann ist ein guter Start gemacht. Wenn euer Kind mal diese Unterstützung hat und auch weiß, es kann euch fragen, wenn Dinge unklar sind, ist der Widerstand schon bei weitem geringer. Und wenn ihr dann tatsächlich im selben Zimmer seid wie euer Kind, wovon ich in der Mehrzahl der Fälle ausgehe, solltet ihr auch immer wieder überprüfen, ob es noch bei der Sache ist oder sich gedanklich bereits ins Traumland verabschiedet hat. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Spross ist abgetrifftet, versucht ihn immer wieder liebevoll ans Weitermachen zu erinnern. Das hilft eurem Kind, dass es nach drei Minuten arbeiten, nicht 15 Minuten lang nur träumt, dann sind fast 20 Minuten rum und es hat dann erst ein Beispiel gerechnet und dann beginnt es natürlich zu verzagen, weil es weiß, es folgen noch weitere neuen Beispiele. Die Betonung liegt aber hier wirklich auf einem liebevollen Zurückholen ins Hier und Jetzt. Das sollte wirklich nicht in Form von ungeduldigen Ermahnungen erfolgen. Womit die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit im Übrigen besser klappt, ist, wenn euer Kind zwischen Sitzen und Stehen abwechseln kann. Besorgt ein kleines Stehpult für euer Kind, damit es zum Arbeiten zum Stehpult wechseln kann, wenn das Sitzen nicht mehr als angenehm empfunden wird oder es selbst merkt, dass es im Sitzen einfach zu lasch zum Denken wird. Ein aufrechter Körper, der in muskulärer Anspannung ist, macht es auch für das Gehirn leichter, aktiv und präsent zu bleiben. Und wenn gar nichts mehr geht, sind natürlich Pausen sehr wichtig. Auch dabei solltet ihr euch zumindest insofern einbringen, als ihr eurem Kind sagt, was in der Pause okay ist und was nicht. Bewegung oder zum Fenster raussehen und seine Gedanken schweifen lassen, ja, Bildschirme oder Gämen, nein. Nun aber zum fast wichtigsten Punkt in Bezug auf die Hausaufgabensituation. Wie sollt ihr euch verhalten, wenn euer Kind Widerstand zeigt? Auch wenn es euch schwerfällt, wischt den Widerstand, den euer Kind den Hausaufgaben entgegenbringt, nicht ungeduldig oder genervt zur Seite, sondern anerkennt die Tatsache, dass euer Spross auf Lernen und Hausaufgaben einfach keine Lust hat. Das bedeutet nicht, dass das Kind die Hausaufgaben dann nicht machen muss. Aber es fühlt sich angenommen und verstanden, wenn ihr zum Beispiel sagt, ach Jakob, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt so gar keine Lust drauf hast, diese 10 Mathematikbeispiele zu rechnen und dass du das alles als zu viel empfindest. Aber weißt du was? Wir richten jetzt schon mal alles her, rechnen auch gerne ein, zwei Beispiele gemeinsam und wenn es dann bei den anderen Beispielen auch noch Probleme gibt, bin ich natürlich für dich da und helfe dir. Euer Kind muss einfach wissen, dass ihr es für seinen Widerstand nicht verurteilt und dass ihr auch bereit seid, es zu unterstützen. Abschließend zu Tipp Nummer 1 muss ich euch noch unbedingt ein extrem wertvolles Buch für die Hausaufgabensituation nennen und das ist Erfolgreich lernen mit ADHS von Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund. Es gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern unter allen ADHS-Büchern und teilt sich mit Britta Winters Buch Komm, das schaffst du, das für den Alltag mit unseren betroffenen Kindern mein Lieblingsbuch ist, den ersten Platz unter meinen Top 10 Favoriten. Ich verlinke zu beiden Büchern in den Shownotes. Gut, soviel zu Tipp Nummer 1, unterstützende Hausaufgabenbegleitung. Tipp Nummer 2 betrifft die Unterstützung in der schulischen Organisation. Zunächst mal, wie sollen sämtliche Materialien für die Schule sortiert, geschlichtet und systematisiert werden, dass euer Kind alles auf einen Griff findet und sich selbst in seinem Schulmaterial gut auskennt? Zu dieser Frage findet ihr eine Vielzahl von Anregungen und Vorschlägen in meinem Podcast mit der Nummer 57. Deshalb gehe ich da jetzt nicht gesondert drauf ein, sondern verlinke dazu und auch zum begleitenden PDF in den Shownotes. Zur Organisation gehört aber nicht nur das Systematisieren des Schulmaterials, denn das ist eigentlich die leichteste Übung, sondern es ist auch wichtig, dass euer Kind immer die entsprechenden Materialien, die es braucht, mit in der Schule hat und umgekehrt auch alles, was es für zu Hause benötigt, zu Hause hat. Dass die entsprechenden Materialien in die Schule kommen, ist relativ einfach, denn da hilft am besten das gemeinsame Ranzenpacken am Vorabend. Dass die benötigten Unterlagen aber von der Schule wieder nach Hause kommen, ist die etwas schwierigere Übung. Für die Schulbücher empfiehlt es sich da, einen Extrasatz Bücher zu kaufen, der zu Hause bleibt und dass die Bücher, die das Kind von der Schule erhalten hat, in der Schule bleiben. So sind an beiden Orten, an denen gearbeitet werden muss, alle Bücher vorhanden. Dasselbe kann man natürlich auch mit den anderen Materialien wie Radiergummi, Anspitzer und Stiften machen, denn auch die können natürlich doppelt besorgt werden. Wobei, viele von euch werden gerade den Kopf zu schütteln oder auch zu lachen beginnen und sich denken, was heißt hier doppelt? Das meiste muss bei uns übers Jahr verteilt, gefühlt 20 Mal nachgekauft werden. Keine Angst, ich kenne das alles. Aber irgendwann werden eure Kinder die Stifte, den Zirkel, den Taschenrechner und was auch immer nicht mehr verlieren. Ich verspreche euch das. Was ebenfalls ein Problem darstellt, ist die Organisation der Hausaufgaben. Bei vielen Kindern beginnt es bereits damit, dass sie die Hausaufgaben in der Schule nicht notieren. Falls sie aber doch alles aufgeschrieben haben und dann zu Hause auch erledigt haben, kann es sein, dass die erledigten Hausaufgaben zu Hause liegen bleiben. Hier wieder das Stichwort gemeinsames Ranzenpacken am Abend, wo ihr eurem Kind auch helfen solltet zu überprüfen, ob die erledigten Hausaufgaben auch tatsächlich im Ranzen gelandet sind. Die nächste Hürde ist allerdings dann, dass die Hausaufgaben in der Schule auch abgegeben werden. Nicht wenige Lehrkräfte erwarten, dass die Kinder die Hausaufgaben selbstständig am Lehrertisch ablegen und bei von ADHS betroffenen Kindern ist die Gefahr, dass das nicht passiert, relativ groß. Versucht hier mit eurem Kind und der Lehrkraft gemeinsam ein System einzuführen, das eine lückenlose Kette von der Information über die Hausaufgaben bis zum Abgeben der erledigten Hausaufgaben gewährleistet. Und auch der Stoff für Schularbeiten, Prüfungen und Tests sollte sozusagen in einem gesicherten System von der Schule zu euch kommen. Oft passiert es nämlich, dass unsere Kids wirklich alles können, es sich dann bei einer schlechten Note aber herausstellt, dass alles nicht wirklich alles war, weil euer Kind lückenhafte Unterlagen hatte. Schließt euch hier am besten mit anderen Eltern zusammen, um die Unterlagen zu vergleichen oder aber ihr habt vielleicht sogar eine sehr kooperative Lehrkraft, die euch immer die vollständigen Unterlagen zukommen lässt. Womit wir schon beim nächsten, sprich beim dritten Tipp wären und das ist die gute Zusammenarbeit mit der Schule. Im Speziellen mit der Lehrkraft in der Grundschule bzw. den Lehrkräften in weiterführenden Schulen. Viele Eltern klagen über unkooperative Lehrkräfte, die kein Verständnis für die ADHS zeigen. Um hier etwas zu verändern, sind folgende Dinge überaus wichtig. Punkt 1. Die Lehrkräfte brauchen Informationen über die ADHS, sowohl über die Symptome als auch über die Ursachen. Wenn man einmal einigermaßen gut Bescheid weiß, warum ein Kind mit ADHS abdriftet, nicht still sitzen kann oder immer wieder mal ungefordert in den Unterricht reinruft, kann man mit derartigem Verhalten schon viel eher umgehen, als wenn man sich ständig die Frage stellt, warum dieses eine Kind dauernd aus der Reihe tanzt. Viele nehmen auch sämtliche Verhaltensweisen unserer Kinder vor allem dann, wenn die Kids in den Widerstand gehen, persönlich und ein Teufelskreis von Abwertung und Zurechtweisung, noch mehr störendem Verhalten, abermaligen Strafen etc. etc. beginnt. Daher, die Lehrkräfte müssen im ersten Schritt mal wissen, was mit einem Kind, das von ADHS betroffen ist, los ist. Und diese Informationen können die Lehrkräfte entweder direkt von euch bekommen oder aber von einem Experten, den ihr mit in die Schule bringt oder der vom Schulpsychologischen Dienst zur Verfügung gestellt wird. Geht bei diesem Experten nur sicher, dass er tatsächlich Erfahrung mit ADHS hat? Denn die Berufsbezeichnung Psychologe oder Psychotherapeut reicht leider noch lange nicht aus, um ADHS-spezifische Informationen weitergeben zu können. Hier ist vor allem die Erfahrung des Experten gefragt. Im zweiten Schritt brauchen die Lehrkräfte aber dann für all die Probleme auch tatsächlich Lösungsmöglichkeiten. In Bezug auf das Verhalten kann es helfen, wenn die Lehrkraft oder ein Experte oder sogar ihr als Eltern mal einige Zeit das Unterrichtsgeschehen beobachtet, wodurch herausgefunden werden kann, welche Situationen eurem Kind Schwierigkeiten bereiten und wie sich diese Schwierigkeiten dann im problematischen Verhalten äußern. Wenn man zum Beispiel weiß, dass ein Kind sich einfach überfordert fühlt, wenn die Schrift auf der Angabe zu klein ist oder zu viele Rechnungen auf einem Platz stehen, sind das Probleme, die relativ rasch zu lösen sind. Und um die Leistungen und die Konzentration der Kinder zu fördern, gibt es ebenfalls eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten, die im Unterrichtssetting durch die Lehrkraft relativ einfach umgesetzt werden können und zu erheblichen Verbesserungen führen können. Das beginnt beim optimalen Sitzplatz, geht weiter über Möglichkeiten, den überschießenden Bewegungsdrang auf akzeptable und die anderen nicht störende Art und Weise auszuagieren und endet noch lange nicht bei der Hilfe mit dem Notieren der Hausaufgaben. Welche Möglichkeiten Lehrkräfte hier haben, euer Kind zu unterstützen und schließlich damit auch sich selbst zu entlasten, erfahrt ihr im Podcast zum Nachteilsausgleich mit der Nummer 54, zu dem ich in den Shownotes verlinke. Abschließend zum Thema Zusammenarbeit mit der Schule ist noch Folgendes wichtig. Eines der wichtigsten Wörter in diesen Gesprächen ist das Wort WIR, das ihr immer wieder mal einstreuen solltet und das signalisieren soll, die Lehrkraft und ihr sollt an einem Strang ziehen und zwar nicht nur zum Wohl eures Kindes, sondern zum Wohl aller Beteiligten, des Kindes, der Lehrkraft, der Klassenkameraden und auch zu eurem Wohl als Eltern. Hört euch dazu am besten die Podcasts 50 und 51 an, wo Nathalie, die Lehrkraft und Mutter eines elfjährigen Jungen mit ADHS ist, viele wertvolle Tipps dazu gibt. Gut, Tipp Nummer 4 haben wir gerade angesprochen, den Nachteilsausgleich. Und zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eines Schulbegleiters. Beides sind zwei tolle Unterstützungsmöglichkeiten für euer Kind. Beim Nachteilsausgleich geht es darum, dass Kinder, die verschiedene schulische Anforderungen aufgrund bestimmter Einschränkungen nicht erfüllen können, so unterstützt werden, dass sie trotz dieser Defizite oder Schwierigkeiten eine Regelschule besuchen können. Die Möglichkeit für einen Nachteilsausgleich ist gesetzlich verankert, die Ausgestaltung hängt zum einen von den Bedürfnissen eures Kindes und zum anderen von der Lehrkraft ab. Zum Thema Schulbegleiter ist zu sagen, dass es sich dabei um so etwas wie eine persönliche Assistenz eures Kindes handelt, die euer Kind durch den Schulalltag begleitet und dort hilft, wo es Probleme gibt. Auch das kann zu einer großen Entlastung führen und zwar nicht nur eures Kindes, sondern auch der Lehrkräfte. Dennoch sträuben sich manche Lehrkräfte immer wieder mal gegen Schulbegleiter. Bleibt hier aber freundlich, klar und bestimmt und sorgt unbedingt dafür, dass euer Kind diese Art der Unterstützung bekommt. Dann kommen wir abschließend zum fünften und für mich fast wichtigsten Tipp zum Thema Schule. Und das ist mein Rat an euch, den Stellenwert des schulischen Erfolges eurer Kinder nicht überzubewerten. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, in der Zeugnisse und Abschlüsse einen doch eher hohen Stellenwert haben. Aber, so wie ich das in Podcast 55 bereits ausführlich geschildert habe, sind gute Noten und Abschlüsse an höheren Schulen oft überbewertet bzw. wird oft das Seelenheil der Kinder auf dem Altar der Schulleistungen geopfert. Deshalb hört euch unbedingt Podcast 55 an. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Lasst mich hier an dieser Stelle aber zumindest sagen, dass ihr Punkt 1 schon bei der Schulwahl darauf achten solltet, dass die Art der Schule eurem Kind einigermaßen entgegenkommt und der Druck sowie die Leistungsanforderungen dort nicht zu groß werden. Und dass ihr zweitens die Entwicklung eures Kindes und seines Innenlebens immer gut im Blick habt. Beobachtet euer Kind genau. Und wenn ihr das Gefühl habt, es wird immer trauriger, ihr hört immer öfter den Satz, ich bin zu dumm für alles, oder euer Kind klagt über Kopfweh, Bauchweh, Schlafstörungen, dann überlegt, ob nicht der Schuldruck zu groß ist und zieht in diesem Fall die Notbremse, indem ihr für mehr Unterstützung sorgt, den Druck in Bezug auf Noten rausnehmt oder aber auch euer Kind zu Schulformen wechseln lasst, die einfacher zu bewältigen sind. Gut ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Episode ein paar für euch nützliche Überlegungen und Strategien mitgeben und erinnere nochmal an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash 5 Schultipps, die 5 in Ziffernform, herunterladen könnt. Außerdem wird von mir in einigen Wochen ein Video erscheinen, in dem ich Lehrkräften kompakt erkläre, welche Ursachen das abweichende Verhalten und die meist schlechteren Leistungen von Kindern mit ADHS bzw. ADS haben und wie sie betroffene Kinder in der Schule gut begleiten können und sich damit gleichzeitig den Unterricht selbst ein wenig erleichtern können. Bis nächste Woche dann! Bis nächste Woche dann!